Willkommen in der Sentinel Bay zum sechsten Teil meiner Review-Serie zu Toy World's Constructor alias Third-Party-Masterpiece Devastator. Heute auf dem Prüfstand Concrete, auch bekannt als Constructicon Mixmaster. Die Boxes sind gehabt im Design, heute dann entsprechend mit Mixmaster vorne auf der Front. Wieder ziemlich cooles Artwork, vielleicht guckt der mir auch ein bisschen zu fröhlich, aber von der Sache ist okay. Wir haben im Hintergrund ein bisschen was von Cybertron. Wir haben hier den Fuß von Devastator für das große Constructor-Puzzle. Das gibt es dann im finalen Video. Ein bisschen chinesisch, japanisch, asiatisch. Toy World auf der Seite. Hier ein bisschen Unicorn, da noch ein bisschen Cybertron. Das war es. Innen drin gibt es einen ordentlichen Schaumstoff und das ganze Ding ist vernünftiger, mattbedruckter Karton. Sehr hochwertige, sehr coole Box, auch bei der sechsten Figur des Sets. Die Anleitung wie gehabt mit den entsprechenden Schritten. Mir fällt gerade auf, dass die von der Blätterweise komisch ist. Also, das ist ja quasi die Vorderseite. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, sie funktioniert. Die Schritte sind entsprechend rot. Immer dargestellt. Geht runter bis zum Combined Mode. Funktioniert wunderbar. Dann haben wir die Sammelkarte. Auch hier abschließend mit dem 3D-Effekt. Sehr, sehr cool. Sollte Schuhe machen, wie ich finde. Wir haben hier die Aufkleber mit dem gleichen Artwork von der Box. Wir haben die Waffe für Devastator. Die könnte ich schon als Taschenwaffe halten. Das ist ein Riesenteil. Sehr, sehr cool. Lila Kunststoff mit einer Menge Farbakzenten. Grau hier, 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 hier. Wir haben Silber hier auf der Seite. Wir haben hier oben lila transparenten Kunststoff. Wir haben hier so ein Inlay lila transparenter Kunststoff. Das funktioniert alles. Wir können hier vorne, das Ding kann man auch rausnehmen, wenn man den anderen Look haben möchte. Ich finde es so deutlich cooler. Und ihr habt hier entsprechend die Griffe für Devastator. Hier hinten ist es ein bisschen hohl, denn ihr könntet diesen Griff auch wegklappen und hättet so die Möglichkeit, das Ding auch als Waffe für die Figur zu nutzen. Und dann könntet ihr das Ding theoretisch im Fahrzeugmodus verstauen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann bekommen wir die beiden Raketen. Einfach grauer Kunststoff. Nichts Besonderes an der Stelle. Montiert werden die Raketen hier. Das ist ein bisschen tricky. Man muss nämlich diesen Knopf hier drücken. Das ist der Auslöser. Man muss beide Raketen gleichzeitig dann reindrücken. Das haben sie nicht so ganz clever gemacht. So, und dann den Knopf loslassen und dann halten die. Und wenn man den Knopf nochmal drückt, fliegen sie weg. Dann haben wir die Handwaffe nach dem gleichen Schema wie bei den anderen Fünfen. Sehr, sehr dunkelgrauer, fast schon schwarzer Kunststoff. Auch mit den roten Farbakzenten. Auch hier wieder gut gemacht. Auch hier wieder eine andere Form, sodass die Waffe, also da wiederholt sich nichts. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Nutzen könnt ihr die Waffe entweder im Fahrzeugmodus. Für die Waffe habt ihr in der Handfläche einen Pin und habt hier entsprechend eine Aussparung im Griff, die ihr einfach auf diesen Pin drauf drückt, die Finger da drum schließt und dann habt ihr einen festen Sitz. Und zum Abschluss haben wir hier diese Mischtrommel. Die ist eigentlich die Standard-Mischtrommel, die bei Concrete verbaut ist. Denn es gab halt damals, als das Set rauskam, ich hatte es schon mal in einem anderen Review erwähnt, es ist nach dem Studio-Ox-Design eigentlich designt. Und da ist die Trommel meines Wissens grau. Das heißt, man hat sich ein bisschen beklagt, wieso ist die jetzt hier nicht grau wie bei Studio-Ox oder nicht lila wie im Cartoon oder auch beim G1-Toll? Da habe ich mir gerade nicht sicher. War sie da nicht sogar grün? Egal. Auf jeden Fall gibt es als Einzelteil zu kaufen, gibt es diese lila Trommel. Ich habe die eingebaut. Der Wechsel war relativ aufwendig, also man muss diese ganze Apparatur hier rausnehmen. Ich habe es auch geschafft, wie ihr hört, die Trommel dabei kaputt zu machen. Und so sieht dann die ausgetauschte Variante aus. Beide Trommeln haben per se eigentlich die Möglichkeit, dass man sie quasi aufzieht und dann drehen die sich so ab. Ihr hört das hier noch so ein bisschen. Aber der Aufziehmodus ist hin. Also, sondern klanglebig ist das nicht. Wie gesagt, hier ist es beim, ich weiß gar nicht genau, ich höre da irgendwas klappern, ich weiß nicht genau, was da kaputt ist. Vielleicht kann man es auch reparieren, wenn man es auseinander nimmt. Aber so wichtig ist mir das Feature an der Stelle nicht. Konkret kommt wie alle Figuren der Serie im Fahrzeugmodus. In diesem Fall also ein Betonmüllschau. Und der ist, muss man sagen, normalerweise würde er jetzt hier mit der grünen Trommel, wäre nicht ganz so abwechslungsreich. Die lila Trommel tut da schon eine Menge für. Ist also eine abwechslungsreiche Geschichte. Wir haben per se diesen bekannten mattgrünen Kunststoff und hier entsprechend noch das Lila und wieder ergänzt um eine Menge Farbakzente. Wir haben Gummireifen auf diesen dunkelgrauen Kunststofffelgen. Auf denen rollt er ganz gut. Das liegt hauptsächlich daran, dass hier vorne die Reifen so ein bisschen schleifen. Also da haben die anderen bereiften Fahrzeuge der Serie doch deutlich besser gewollt. Wir haben ansonsten, wie gesagt, wieder viele Farbakzente. Wir haben hier gelb und grau diese Streifen. Wir haben hier hinten silber und grau entsprechend Akzente auf der Rückseite. Wir haben hier silberne Akzente. Wir haben hier oben die Grundlage für das Decepticon-Symbol. Das kam natürlich nachträglich drauf. Das muss ich auch nochmal tauschen. Das sieht nicht gut aus mit dem weißen Rand. Das war schon mal entsprechend lila bemalt. Lila transparenter Kunststoff hier für das Führerhaus. Die Trittstufen hier sind grau bemalt. Wir haben Silber auf der Front und auf den Lichtern, was ganz gut aussieht. Wobei hier so ein bisschen mehr hätte man vielleicht hier unten noch was machen können. Vielleicht die Lichter auch eher rot. Das gefällt mir nicht so gut. Und hier haben wir auch nochmal diesen grauen Streifen entsprechend mit reingesetzt. Also wieder viele kleine Akzente. Die Trommel hier oben ist grau bemalt. Insgesamt ist er aber etwas schmuckloser als die anderen. Er lebt wirklich davon, dass ich hier die lila Trommel eingebaut habe mit dem gelben Streifen, die das Ganze deutlich interessanter macht. Kurz erwähnen will ich noch hier dieses Teil. Ihr seht, das liegt hier nicht so richtig drin. Ich hatte da von Anfang an Probleme damit, dass das nicht richtig greift. Ich vermute mal, dass einfach innerhalb des Führerhauses, wo jetzt viele Komponenten versteckt sind, irgendwas nicht richtig geklappt oder sortiert ist. Ich habe es aber bisher nicht hinbekommen, das anders zu machen. Ich kann also nicht sagen, ob das wirklich ein Konstruktionsmanko ist oder ob ich einfach zu doof bin. Ich will beides nicht ausschließen. Und zum Vergleich Masterpiece Proud. Und ich denke, das ist ziemlich spot on, wie man so schön sagt. Vielleicht hätte er noch Mühe größer sein dürfen, aber in Summe geht das klar. Und da haben wir Mixmaster im Roboter-Modus. Und er hat ein ähnliches Problem wie Scrapper. Ich finde die Probation ein bisschen komisch. Es ist insgesamt etwas besser, weil ich finde, der Oberkörper für sich genommen, wenn man jetzt mal die Beine mal abdeckt, das stimmt alles. Also Breite des Torsos, zur Breite der Schultern, Länge der Arme und so. Ich finde, das geht alles klar. Es sieht ein bisschen seltsam aus durch diese wieder sehr großen, sehr blockigen Beine. Die Beine sind breiter im Prinzip als sein Torso. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, es reißt mich immer so ein bisschen raus, wenn ich mir angucke. Und das ist schade, weil man hat viele schöne Sachen gemacht und es geht los beim Kopf. Auch hier ist der Gesichtsausdruck, ähnlich wie bei Hook, vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht auch ein bisschen zu happy. Also dieser, vielleicht, dass man so ein bisschen auf dieses gemeine Lachen abgezieht hat, es kommt nicht so richtig rüber. Aber die Formgebung ist geil. Also der Helm gefällt mir richtig gut, das Gesicht ist toll silber bemalt. Leider keine zusätzlichen Akzente mehr auf dem Helm, das hätte noch ganz gut getan. Und auch hier, ich zeige es euch jetzt gar nicht mehr, funktioniert das Light Piping nicht, weil man natürlich wieder einen Block dahinter hat. Ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt. Malt doch die Augen an, Leute. Ist doch gar nicht so schwierig und sieht deutlich besser aus als diese toten roten Augen, wo das Light Piping sowieso nicht funktioniert. Richtig schön ist hier, der silberne Streifen auf der Schulter oder auf beiden Schultern vielmehr. Der sieht wirklich toll aus. Wir haben hier nochmal zusätzlich ein paar gelbe Streifen auf der Innenseite, die von der Außenseite kennen wir schon. Oder andersrum, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, also meines ist, glaube ich, frisch. Auf dem Torso passieren viele tolle Sachen. Einmal haben wir hier dieses Lila Transparent. Das Decepticon-Symbol hat der Vorbesitzer da natürlich nachträglich draufgeklebt, aber hat es irgendwie unter diese Platte bekommen. Ich vermute mal, dass man hier mit dem Schraubenzieher irgendwie drunter kommt, die abkriegt. Muss ich nochmal ändern, weil das Symbol gefällt mir nicht wirklich. Schöne rote Akzente, silberne Akzente, die man hier noch gesetzt hat in Details. Hier hätte man noch was machen müssen. Das schreit einen geradezu an, dass man hier noch etwas hätte draufbringen können. Hier hat man dann schön dieses rot-silberne Dreieck drauf gemalt. Das sieht toll aus. Auch wenn hier so ein bisschen die Bemalung nicht so ganz sauber ist bei dem Dreieck. Und hier oben vor allem. Das finde ich wiederum hat man nicht so klug gemacht. Dann hätte ich diesen silbernen Streifen hier an der Seite durchziehen müssen. So sieht das so ein bisschen unfertig aus. Das Gelb ist, denke ich, soweit okay. Zweiter Auftrag wäre nicht falsch gewesen. Rot hier an der Seite auch sogar noch als Detail, was ich wirklich schick finde. Und die Beine sind per se im Prinzip das Führerhaus vom Mischer. Da kommt nicht viel was Neues. Das grauverwirbelte Plastik für die Oberschenkel kennen wir auch schon. Und von hinten ist er eigentlich auch ziemlich clean. Wir haben, die Beine sind per se verschlossen. Natürlich hat man auch hier oben wieder diese Hohlräume. Ich weiß es nicht. Ich frage mich manchmal, ob man das hätte auch vielleicht beheben können, wenn man mit den Beinen insgesamt ein bisschen mehr gemacht hätte und versucht hätte, die ein bisschen mehr zu komprimieren. Dass er die Mischtrommel auf dem Rücken hat, gehört dazu. Also in Sachen Backpack bin ich da jetzt überhaupt nicht irgendwie böse. Das ist alles gut. Und ich finde, man hat die Reifen ein bisschen besser versteckt. Die sind hier arretiert hinten an den Armen und hängen nicht so wie bei Hook so an der Seite rum. Das gefällt mir einfach optisch ein bisschen besser. Es kann durchaus sein, dass das bei Hook auch ein Charaktermerkmal ist. Das mag sein. Aber so finde ich es auf jeden Fall besser gelöst. Der Kopf sitzt hier auf einem Scharnier rauf und runter. Es gibt euch ganz gute Reichweiten und er rotiert. Man kommt hier durch die Klappe nicht so gut dran. Ihr könnt die aber wegklappen, euch das ausrichten, wie ihr das wollt. Und dann klappt ihr das wieder runter. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das funktioniert. Dann habt ihr die Schultern. Die gehen im Prinzip rundherum. Jetzt haben die hier hinten dieses Reifenteil dran, was gerne mal hier an der Hüftklappe hängen bleibt und auch am Backpack hängen bleibt. Also da muss man mal so ein bisschen das Ganze mitbewegen. Das sieht dann hier auch nicht mehr so schön aus, wenn man das vorne hat. Man hätte die Möglichkeit, das auch jetzt in dem Fall dann hier so nach hinten zu schwingen. Das finde ich nochmal ganz nett, sodass man es aus dem Weg bekommt, dass es vorne einem nicht so rumklebt. Von daher irgendwie dann doch gut gemacht. Die Schulter geht nach oben bis hier, auf dem ziemlich festen Gelenk, aber noch nicht so, dass ich sagen würde, zu fest. Der Arm rotiert knapp unterhalb der Schulter. Das ist okay. Und wir haben ein Ratschengelenk am Ellenbogen. 90 Grad. Kein Thema. Und die Hand zum sechsten Mal in Folge. Es ist, glaube ich, immer genau die gleiche Hand wirklich. Das heißt, ihr rotiert das Handgelenk, habt hier die Finger auf Kugelgelenken sitzen. Die Finger hier rasten immer so ein bisschen ein in ihrer Endposition und alles ist so ein bisschen angekrümmt, sodass es so ein bisschen verkrampft immer aussieht. Kann man jetzt mögen oder nicht. Ich bin nicht so ein Fan davon, aber funktional ist es am Ende dann irgendwie. Doch, dann haben wir ähnlich wie bei Scrapper auch hier. Das ist auch hier bedingt durch den Combiner-Modus später die Möglichkeit, den Torso zu neigen. Auch hier, denke ich, Zufallsprodukt, aber ziemlich schön, dass man es trotzdem hat. Dann habt ihr hier Klappen, diese kleinen hier und diese wirklich ziemlich großen an der Seite. Hinten habt ihr keine Klappe. Habt ihr das Gelenk nach vorne. Das ist ähnlich schwach wie bei Scrapper leider. Wenn ich ihn so halte, schmiert er mir so ein bisschen nach hinten ab. Und den Fuß, diesen großen, blockigen, extrem großen Fuß oder das Bein hält er. Naja, es geht. Es geht langsam runter. Zur Seite hin ist es ein bisschen limitierter. Also reicht völlig aus, aber hier durch dieses Teil im Guss bleibt er hängen. Hält es aber auch ziemlich gut. Andere Seite. Ui, da brauche ich nicht gar nicht testen. Eigentlich deutlich fester. Ja, insgesamt ein bisschen besser das Gelenk. Na gut. Rotieren tut das Ganze hier direkt unterhalb des Universalgelenks. Das funktioniert, ist auch nicht zu fest. Alles gut. Und dann habt ihr das Knie. Das ist so ein bisschen funky. Ihr habt halt hier dieses komische, dieses Doppelgelenk, was man nimmt dann, um das Führerhaus zu komprimieren. Weiß man nicht so richtig, welches Knie nehme ich jetzt eigentlich. Nämlich dieses Gelenk. Das glaube ich nicht so ganz im Sinne des Erfinders war, weil das schlägt dann hier so eine Lücke. Ich glaube, man soll eher das obere nehmen. Das ist aber wiederum ziemlich fest. So, dass man da auch nicht so ganz einfach dran kommt. Und ja, ihr kriegt 90 Grad auf jeden Fall hin. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Also vom Knie bin ich kein Fan. Die Beweglichkeit ist da. Aber wie man es technisch gelöst hat, ist insgesamt alles ein bisschen seltsam. Der Fuß lässt sich auch hier wieder drehen, was ich schick finde. Und habt allerdings keine großen Reichweiten nach oben oder unten. Also mini, mini, mini nach oben. Ihr könnt mit der Ferse noch ein bisschen was anrichten, um ihn so ein bisschen zu stützen. Das ist ganz gut. Sodass man quasi auf den Zehenspitzen stehen kann. Nach unten geht ein bisschen mehr. Das Ganze sitzt halt hier auf einer Kugel. Und dann könntet ihr im Prinzip hier diese Kugel, diesen Arm dann auch noch bewegen. Aber es bleibt alles so ein bisschen aneinander hängen. Ausstellen ist ganz okay. Fuhl ist insgesamt ganz schön schmal eigentlich. Auch da kommen wieder diese großen Beine wieder so ein bisschen negativ raus. Also Artikulation in Summe ganz okay. Nur bei der Toleranz, nein, nicht ganz okay. Die Artikulation ist eigentlich ziemlich gut sogar. Rotation der Hüfte habe ich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Oh, warte mal. Oh, ach doch, hier unten. Ich dachte gerade, er hat keine Hüftrotation. Das ist unterhalb des Hüftschilds. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Ist aber, weil hier der Block da entsprechend drauf sitzt, funktioniert also auch. Also es ist alles da. Manches ist technisch ein bisschen komisch gelöst. Und wie gesagt, hier die Hüftgelenke finde ich hier tatsächlich eher noch ein Problem, weil die Mischtrommel hier hinten ist deutlich schwerer als bei Scrapper jetzt die Schaufel. Und ich will gerade mal gucken, wann so der Breaking Point ist. Ah, er hält es noch ganz gut. Er hält es noch ganz gut. Aber trotzdem gibt einem nicht das stabilste Gefühl in Summe. Aber alles vorhanden. Größenvergleich mit Masterpiece Prowl, den er wie alle anderen deutlich überragt. Fazit. Wo fange ich an? Mein Hauptproblem ist eigentlich der ganze Unterkörper. Aus mehreren Gründen. Erstmal aus Designgründen, weil ich die Beine wieder zu blockig, zu massiv, zu groß finde, was einfach nicht zum Verhältnis, nicht zum Rest der Figur passt. Das stört mich. Die Art und Weise, wie man die Knie gestaltet hat, mit diesem Doppelgelenk, was sich nicht so richtig sauber voneinander getrennt bewegen lässt, was Lücken reißt und so weiter. Und so ein sehr komprimiertes Bein am Ende dann gibt, wenn man es anwinkelt. Gefällt mir auch nicht wirklich gut. Das ist wirklich mein Hauptproblem. Und dazu kommen noch die etwas zu schwachen Hüftgelenke, was dadurch fühlt, dass ich nicht richtig stabil habe. Vom Design finde ich vor allem den Oberkörper eigentlich ziemlich cool. Ich finde, er hat das mit dem Teil hier oben ziemlich gut gelöst. Der Kopf gefällt mir sehr gut. Schöne Farbakzente, gerade auf dem Torso und auf den Schultern, die das Ganze nochmal ein bisschen rausreißen. Einfach eine Bemalung gefällt mir mit am besten eigentlich aus der Serie. Aber man kriegt ihn nicht so richtig dynamisch hingestellt, weil die Beine so komisch funktionieren. Die Transformation ist an einigen Stellen tricky. Die Anleitung ist nicht sehr hilfreich. Ich habe bei mir halt dazu geführt, dass ich was kaputt gemacht habe. Das habt ihr hier auf dem Video nicht gesehen, weil das schon in grauer Vorzeit passiert ist. Aber da gibt es einen Punktabzug für die Anleitung und vielleicht etwas kompliziertes Engineering, gerade hier im Bereich der Mischtrommel, wo dann viele so Paneele so 180 Grad rum und so. Das funktioniert alles nicht so richtig gut. Das hat man in der Serie schon besser hinbekommen. Und auch die Transformation des Führers gefällt mir nicht so richtig gut, weil die Dinge halt wieder einmal sehr eng gepackt sind an einigen Stellen und man nicht immer das bewegt, was man möchte. Der Betonwuscher sieht ziemlich cool aus. Von daher ist auch hier wieder der Fahrzeugmodus, denke ich, fast schon der bessere. Der Roboter geht in Summe klar, hat aber so seine Problemchen. Das war meine Rezension zu Toy Worlds Concrete. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.